Ich warte hier schon ewig, dass ihr endlich kommt. Seit einer Woche sitze ich hier schon. Seit einer Woche. Ihr kommt einfach nicht. Können wir jetzt bitte anfangen. Das wäre toll. Danke. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zum Teil 84. Wir haben heute ein kleines Paketchen zum schnellen Bau. Der sieht es ganz schnell. Was war es? Der kann es erraten. Leg mal los. Ja, wer es erraten hat, wir machen das gleiche wie letzte Woche. Nur für die andere Seite. Wer hätte es erraten? Schreibt es in die Kommentare. So, wie immer trennen wir Blastik vom Papier. Und holen unser Schmückstückchen raus. Und schmeißen den Mohl weg. So, wir fangen wieder gleich an wie letzte Woche. Ich kriege es nicht hoch. So, wir biegen die Teile wieder auf 90 Quad. Vorsichtig, nicht dass sie abbrechen. So, das war ja alles easy. Auch letzte Woche. Aber der Rest wird wieder... Ach guck mal, da sind die Teile auch voll am Arsch. Das gefällt mir nicht. Also das Bad wieder hier rein. Das wissen wir noch alle. So, dass das Loch passt. Und jetzt... Ach, ich wollte es gerade drauf machen. Nein, wir machen es hier. Oh Mann, ich bin so... Noch mal so ein bisschen zusammen, glaube ich. So. Jetzt probiere ich. Ich schaffe das allein. Ich schaffe das schon. Ich schaffe das schon. Ich schaffe das ganz alleine. Ich kann bestimmt... Ich kann... Und das jetzt da dran... So, und jetzt... So, jetzt kannst du da eben noch drauf. Und jetzt brauchen wir schon die Schraube. Bis dahin ging es ja relativ einfach. Wobei, das letzte Mal habe ich ja schon Probleme gehabt, das da drauf zu kriegen. Aber das Schrauben war das Problem. Apropos Schrauben. Ich habe immer ein Problem mit Schrauben. Äh. So, Selina, bitte. Kamera, schaut zu. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jetzt wird es ernst, Leute. Jetzt wird es ernst. 21, 22, 23... So, jetzt haben wir die eine Seite. Jetzt schnell die andere Seite. Das scheint, ich habe die richtige Technik gefunden. Aber immer noch nicht von dem Magnetischen auf die Seite... auf die bla 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 zu kommen. Auf die Schraube. He he. Arschloch. Piep. 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 Es ist super... Einmal ist ok selbst her. Das ist wachss. Ping! Ping! Können wir schauen, wer mich da stört und der kriegt erstmal einen Pfiff hier. Naja, das war meine Freundin. Die schuldet mir erstmal einen Kaffee. Also schrauben wir mal kurz das feste zugezogen. Jetzt schauen wir nochmal. Aber das hat ja super funktioniert hier. Dann das andere noch. Perfekt. Die Bremse. Der Iron Man hat eine Bremse. Linke Seite, rechte Seite. Perfekt. Ja, jetzt ist schon wieder vorbei. Jetzt muss ich wieder hier eine Woche sitzen und auf euch warten, bis ihr dann euren Popfest vor den Bildschirm zwingt. Ich warte hier einfach ganz tapfer auf euch. Ich hoffe in der Woche, ihr denkt einfach mal an mich. Könnt ihr auch gerne ein Like da lassen und ein Kommi. Dann freue ich mich auch. Dann wird die Woche kürzer. Und ansonsten ein Abo wäre sehr nett. Würde ich mich auch sehr freuen. Und aktivieren. Dann verpasst ihr es nächste Woche auch nicht. Dass ich dann nicht umsonst hier sitze. Wäre super. Würde mich mega freuen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich jetzt einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Eure Marvel Wum. Tschüss.